Okay, ich hab schon Leben verloren. Das ist ja echt mal total ätzig hier. Dann... ...ich hab noch mal hier. Ich hab noch eine Waffe bekommen. Und real Schnellfeuergewehr. Sehr schön. Dann nutzen wir das doch auch gleich mal. So, da ist etwas Neutrales. Guter Plan, dort drin sind wir nicht so leichte Ziele. Kann man den irgendwie... Ah, den kann man nicht benutzen. Ähm, hier ist noch eine Wehr. Okay, irgendwo waren wir doch... Ja, ist ja egal. Wunderbar! 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 Okay... Dann geh ich doch mal hin und... ...ein Tumadana doch! Äh... ... ...anlas nicht nehmen. Oder benutzen im Moment zumindest nicht. Okay, sehr schön. Sehr schön. Haben hier noch welche? Da kann doch irgendwo nur einer... Ahhh... Ahhhh... zu nehmen geht aber nicht was ist das denn für ein Käse? So, hier komme ich nicht durch, der war zu. Wieso blitzt das da eigentlich an? Ah, da darf ich ja wohl blinke. Dann benutze ich jetzt mal den Auflader hier. Kann man das auch irgendwie, wenn man ein Felgerschwert hat, und dann... Nein, ich brauche... Dafür auch. Blastwer, okay. So, dann suche ich mir mal meine Kraft aus. Gespür, Heilung. Dann probiere ich es doch mal mit... Na, der will nicht. Bin ich anscheinend noch nicht schwach genug dafür. Und dafür auch nicht. Kommt nur mir das so vor, oder sind Rodianer seltsam? Ich weiß, was du meinst. Ah, verdammt. Okay, das war nicht so günstig. Ah, da gibt es nicht was anklangt. Ich bin hier direkt ins Gewehr gelaufen. Ähm, dem zweiten zumindest, das war nicht ganz so gut. Ähm... Irgendwo gibt hier aber... Ach, der gibt hier Geräusche von sich. Kann man allerdings mit dem Anstellen. Hier sind wir nicht sicher, gehen wir zurück zum Schiff. Okay, ich probiere es jetzt erstmal nochmal mit dem Lebensteil hier hinten. Angenommen, Selbsthilfepaket. Okay. Müsste man das dann hier irgendwo finden? Ich guck mal hier nochmal mit der Steuerung bei den Waffen. Schnellfeuerwehr. Hier... Mehr... Mehr... Sonnen... Ähm... Na, yes... Äh... Nichts. Lichtschwertstil... L... Ähm... Feierblick sich zentrieren... Machtkämpfe... Heilung... Tastenkürzel... Maus... Maus... Äh... Äh... Ich kann mich auch nicht heilen. Irgendwie... Komische Sache. L ist... Ne... Heilung... Ich kann es auch nicht mehr verwenden. Ähm... Habe ich wirklich nicht... Ich habe doch irgendwo Inventar oder so... Rennen gehen... Schritt links... Schritt... Seitlich drehen... Runden ducken benutzen... Seitlich drehen verwenden... Was? Keine Ahnung. Oh Mann! Na, das ist ja egal. Ähm... Okay, dann... Ich gehe eben mal weiter und ich versuche einfach nicht zu sterben. Ähm... Okay, okay... Jetzt haben wir da... Alles klar. Ähm... Ich weiß nichts, was mit diesen Heilungskrechts los ist... Warum ich den nicht gerade einsetzen kann oder sowas. Da oben liegt unter anderem auch noch eins. Ich kann das gar nicht aufnehmen. Äh... Heilung... Ne... Läuft nicht. Ich... Und ich frage mich immer noch, was mein Leben ist und was das Rote ist und... Ah... Ah... Das hätte mir mal jemand erklären sollen. Hier ist... Da ist einer... Da... Warte... Da ist einer... Okay... Da ist er... Nummer 2... Oh... Ähm... Okay... Das war ein bisschen blöd. Ich habe einen Wookie-Bogen gewehrt. Okay... Ah... Jetzt bin ich schon mal weiter. Was war denn? Oh... Oh... Äh... Ist das ein Treffer-Strahl? Ein Scanner? Oder... Ich glaube es ist ein Scanner... Wir können nicht zu den Schiffen. Hier ist alles verriegelt. Oh... Äh... Was war denn das? Das hört sich nicht ganz so gut an. Jetzt ziehe ich am besten mal hier in die Ecke. Und den da... Und den da... Und den da... Alles klar... So... Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was an Munition. Was wir mal aufsammeln können. Alles klar... Äh... Das sieht nach Leben aus. Ne... Ich habe das gar nicht aufgenommen. Ich kann mich immer noch nicht heilen. Ach ne... Äh... Ja... Verwenden. Ah... Ich... Doch... Das lädt mein Leben auf. Ähm... Wieso habe ich dann diese... Äh... Erste-Hilfe-Pakete? Vielleicht um den Wookie zu helfen? Hier... Da... Irgendwie... Warte... Ne... Verwenden. Ja... Nein... Geht nicht. Okay... Dann müssen wir uns jetzt hier mal einen anderen Weg suchen. Ach... Tja mal... Da... Äh... Das war dieser Gürtel! Den habe ich doch schon mal gesehen. Oh... Cool! So... Was war denn das? Sehr schön, ne? Das sind kaputte Droide. Den kann ich nicht aufnehmen. Okay, die Tür geht auf. Ich glaube nicht. Man kann ja immer nur in eine Richtung gehen. Gelenkte... Selbstgesteuert... Gelenkte... Die... Laufweg-Richtung... Irgendwie... Nicht ganz so frei, wie man es sich manchmal wünscht. Okay... Ich darf immer mit den Blitzen. Das stört mich ein bisschen. Ist wohl irgendein Datenfehler. Ja... Die Tür geht nicht auf. Die ist blockiert. Das hat man so mit dem dumpfen Klang gehört. Glaube ich zumindest. Ah... Da kommt hier gerade einer. Ah... Okay... Da kommen zwei... Fünf. Okay... Die fangen an, auf mich zu schützen. Ich deaktiviere die Traktorstrahlen, wenn du diese Typen aufhalten hast. Ah... Okay... Ich glaube, die Tür ist kaputt. Oder... Ach ne... Hier ist nur Block hier. Mit Steinen, die aus dem Deckel gefallen sind. Ähm... Ah... Ah... Ich kann hier raus schießen. Kann ich? Kann ich nicht? Doch... Ich kann. Ach... Wie auch immer... Ich treffe ja eh nicht. So... Nehmen wir doch jetzt mal... Imperiales Schnellfeuergewehr... Nein... Der... Hier... Elite Blastergewehr... Oder ne... E-E-Elf Blastergewehr... Sowas... Bomber... Nein... Kaccio... Kann ich ein Schnellfeuergewehr... Dankeschön. Dankeschön.